Immer ein paar Minuten geben, das heißt nichts Gutes. Das heißt, ganz und gar nichts Gutes. Ich stelle mich schon mal nach hinten. Können hier von irgendwo Viecher kommen? Wahrscheinlich. Ich möchte mich gerne in eine Ecke da hinten hinstellen. Ich habe Angst, dass hier gleich was passiert. Etwas, was mir nicht passen wird. Jetzt geht doch endlich weiter. Ich möchte hier nichts. Oh Gott, ich möchte immer jemanden hinter mir haben, damit ich nicht der Erste bin, der von hinten gefasst wird. Ja, dann geh. Oh, wie sicher man sich fühlt, wenn man mit ein paar Leuten unterwegs ist. Was war das? Oh nein, komische Geräusche wieder. Kommen die nur aus einer Richtung? Wenn ja, dann bin ich sehr froh drüber. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da kommen wieder welche. Oh, guck mal, da liegt ja was. Hä? Was ist mit dem passiert? Ich hab da genau, ganz genau einen hinspringen sehen. Wow, Mann. Geht doch nicht immer zu mir. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da war doch ein Medipack, genau. Fertig nachladen und dann... Oh nein, geht nicht ohne mich. Tut es nicht. Nimm mich mit. Das ist die Tür, die zu den DC-X. Sind wir da? Es sieht so aus. Ach so, es ist locket. Ich bin nicht überrascht. Da muss ein Kontroll-Unit sein sein. Warum ich? Warum ich? Ich wette, dieses Teil fliegt gleich zu. Ach so, ich hab das Licht gar nicht angehabt. Hab ich es irgendwann mal wieder aufgemacht? Oh Mann, nein, das ist so dunkel. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich sehe es nicht ein. Ach Mann. Ich hab's doch gesagt. Great, wir versuchen, dich zu erreichen. Good luck. He he. Good luck. What the fuck? Was bist du? Du hast klühende Augen, das gefällt mir nicht. Kommt da noch eins? Ah, das kommt auf mich zu. Wo? Wow. Ich dachte ja schon, diese Bibliothekare wären scheiße. Aber was ist das jetzt? Was ist das jetzt für ein Vieh? Und was macht es? Bewegt es sich nochmal? Oh Gott, ich will hier nicht weiter. Da kann ich natürlich nicht lang. Ach, toll. Wenigstens wenn ich wüsste, dass nichts passiert. Oh, Geizkragen. Ja, es gibt ein Achievement, das heißt so und so viel Militärpatronen sammeln. Ich glaube, das habe ich gerade erreicht. Okay. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt mit der weitermachen, sondern vielleicht eher mit der hier. Ich weiß nicht, was effektiver ist gegen die. Okay. Da ist ein Weg. Und hier geht es auch nochmal lang. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Oh Mann, diese Türen. Ey, ich weiß echt nicht, wo ich lang soll. Ach, das ist der eine Weg? Okay. Okay. Oh Gott, diese Türen. Diese freaky Türen. Aber das war ja schon im Nachfolger nicht anders. Ach, das ist hier der Bereich gewesen. Oh nein, in die Kanalisation. Nicht euer Ernst. Ach, puh. Puh. Wo soll ich jetzt bitte schön lang? Hier geht es nicht lang. Kann ich hier scheinbar wieder raus? Nee, schade. Ich kam von da. Hier geht es auch nicht lang. Von wo? Oh, da unten ist einer. Ich hab dich gesehen. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Nicht wieder in so einem blöden Höhlensystem. Wie? Wieso kommst du auf einmal plötzlich direkt dort raus? Ich möchte dich erledigen. Okay, ich habe dich erledigt. Oh, den hab ich diesmal besser erwischt als den davor. Ich weiß grad nicht. Ich hab das Gefühl, mein Licht macht nicht wirklich viel an Reichweite. Also hat nicht wirklich viel an Reichweite. Boah. Habt ihr das Fiepen grad auch gehört? Oh, ich hab so Schiss jetzt. Also wieso häufig? Ich glaub, das ist mein häufigster Satz, wenn ich in dem Spiel sage, oder? Dass ich Schiss hab. Mich würde es jedenfalls nicht wundern. Okay, der hatte sonst, glaub ich, nichts für mich. Fakt ist, ich muss auf diesem Teil darauf. Denk ich mal, um dort unten weiterzukommen. Oh mein Gott. Das Kapitel ging schnell. Oh mein Gott. Ach, das Kapitel da abschnitt, mein ich. Okay, das Kapitel da abschnitt, mein ich. Ein Zug? Ein fahrerloser Zug? Was? Ja. Okay, wir gehen einfach mal. Äh, äh, äh. Äh, der ist durch mich hindurchgelaufen. Äh, der schon wieder. Hört auf damit. So, die nächste Station ist D6. We were close to D6 now. It was hard to believe that we'd found the legendary command center. But was it worth so many lives? Soon we'd know the answer. Ich hab' eine noch auf. Oh, danke. Das ist sehr lieb von dir. Und sehr aufmerksam. Wir sind jetzt wirklich bei D6. Wow. Ich kann mich nicht bewegen. Ich darf mich nicht bewegen. Ach, jetzt kann ich. Jetzt darf ich mich. Sollen wir hier lang? Ich weiß nicht. Sieht mir ehrlich gesagt nicht danach aus, als könnte man hier lang. Wieso besonders ich? Heißt das, ich bin hier so ein Trampel? Hm. Das ist ziemlich klar. Der Kontrollraum sollte da sein. Nun, wir schauen es mal. Holmen, Wladimir, bleib hier und kümmern uns. Also ich würde mich ehrlich gesagt wohler fühlen, wenn die anderen mitkommen würden. Wie lahmarschig du Treppen runterläufst. So geh du mal vor, okay? Wenn dich, wenn irgendwas einen anfallen möchte, dann trifft es dich zuerst. Das hört sich alles so nach Knistern und so weiter an. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Dass es so komisch knistert. Ach, deswegen knistert es. Ja, mach du erst mal auf. Dann springe ich auch rüber. Dann springe ich auf. Ich erinnere mich alles so wie es ist. Es gibt etwas über diese Objekte. Sie haben eine Sowjetunion. Aber du wirst nicht wissen, dass das. Okay, wenn du das sagst. Hauptsache ich bin nicht allein unterwegs. Auch wenn ihr mir ganz schön Angst eingejagt habt, als diese Schleuse oder was auch immer das war, hinter mir zu viel, wo ich in diesem stockdunklen Raum war. Und was machst du jetzt? Ich komm mir vor wie Dekoration. Ich bin eine wunderschöne Dekoration. Wohin soll ich? Okay, das kann ich jetzt aufmachen. Das konnte ich nämlich vorhin nicht. Ja, ich geb mein Bestes. Guck mal, da ist zum Beispiel einer. Um damit anfangen zu können, musst du, ja, ich weiß. Dachte ich mir schon. Muss ich alle erst öffnen? Weil mehr kann ich momentan noch nichts machen, außer halt öffnen. Oh, Moment, oh. Welchen Knopf. War das richtig? Nee, ne? Hallo? Ach, muss ich gedrückt halten vielleicht? Ah, Vierter. Ich muss gedrückt halten, deswegen. Warte. Dritter. Okay. Nochmal. Okay. Ich folge einfach nur seinen Anweisungen. Ich weiß nicht, was er... Ja, das hast du schon zum dritten Mai jetzt gesagt. Ich habe Angst, ich fall hier runter. Ich bin ganz normal gelaufen. Darf ich irgendwas anderes drücken? Drücken? Drücken oder darf ich wieder die Drecksarbeit erledigen? Erledigt schon, erledigt schon. Ja, immer fest draufschlagen aufs Pult. Und bringt immer einen voran. Hey, Colonel, what's up? We almost fell off. All good. Artjom, let's move out. Enough playing with the equipment.